Willkommen zurück zum vierten Part von Let's Play Minecraft Feet the Beast und ja ich habe mich mal kurz informiert wir werden mit dem ersten Mod sagen wir es mal so beginnen und wir brauchen dafür ein Eisen eigentlich nur aber wir tun mal alles einschmelzen schauen wir mal schnell nach unserer Mining Turtle vielleicht hat hier ja schon was Gutes mitgebracht und ja wir hatten sie ja hier hinten hier hier wie ihr seht hatte ich schon ein Stückchen abgearbeitet und ja gucken wir mal ob sie hier was reingetan haben ja neuen Iron, bisschen Quarz, bisschen Aluminium, Tin so hier haben wir noch Eat Ore, Cobblestone und Erde gut nehmen wir das alles mal mit nach oben und ja ich hoffe dass es da oben schon fertig ist laufen wir mal wieder unseren langen Weg nach oben in unser Maishaus so ja das reicht das kommt dann mal hier raus so näher uns die Spitzhacke das kaputt dieses Eisen so und jetzt haben wir ein Iron Furnace und der ist vom Mod Industrial Craft 2 so und der ist etwas schneller ups andersherum wie der normale Ofen wie ihr hier seht bisschen schneller ja habe ich mir dann habe ich mir noch gedacht wenn wir den hier jetzt haben können wir uns ja gehen wir mal beim Mods dann Factory einen Pulverizer bauen der ist einfach wieder ähm Messerator aber nicht so teuer weil der Messerator hier der braucht ja schon hier Wolfram oder Diamant Grinder und die sind mit Stahlplatten und Diamant Dust und ein Industrial Diamant das ist etwas teuer ja für den brauchen wir nur 2 Copper Glas Eisen Gold Redstone und Gold ja und ein Piston das sollten wir hinbekommen aber wir haben nur 9 und 2 Gold wir brauchen passt glaube ich mit dem Gold ja passt Redstone 1 2 3 Müsste passen jetzt haben wir aber hier Glaspain wir brauchen aber ein Glas wir können uns ja schon längst ein Bett bauen ups total total übersehen bauen wir uns mal in unser ganz kleines Haus ein Bett rein so und ja da hin schlafen wir da mal was machen wir hin ich brauche noch Gold ach wir machen es einfach so machen wir uns einfach noch einen normalen Ofen dass er nebenbei noch weiter schmelzen kann andere Sachen so tun wir erstmal die 2 Gold rein nur noch 2 Eisen dann fangen wir doch gleich dann mal an dann haben wir dann haben wir Copper 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 wir haben auch kein Copper hier das heißt das nehmen unter die Mine und Copper suchen das ist das ist so schnell wie möglich Copper bestimmt hier irgendwo Copper 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 da 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 ist das Pilze brauchen wir grad nicht wir brauchen Copper ja wo ist Copper hier nicht Amber brauchen wir grad auch nicht ich was ist das Cinnabar Aluminium nein wieder 4 Eisen aber hier kein Kupfer was ist das wir brauchen einen Küpfer hm hm aber wenigstens eine Fackel bekommen war ganz schön produktiv hier Eisen wir finden hier keinen Kupfer hm wie machen wir das denn jetzt der bringt grad wieder was zurück ah der hat der hat der hat kein Sprit mehr dann nehmen wir uns mal schnell hier irgendwo Kohle hier hinten mal Kohle dass er direkt weitermachen kann ist ja nicht so viel Kohle aber 10 Stück sollte erstmal bisschen so jetzt machen wir ach geht schon los cool 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 so jetzt jetzt brauchen wir trotzdem immer noch Copper hm wo können wir denn jetzt Copper her überlegen vielleicht gehen wir auf die andere Insel rüber und gucken ob wir da eine Höhle finden mit Copper ja das können wir machen ich habe schon wieder die Zeit nicht gestoppt egal machen wir schnell mal hier Waypoints Home mit großem H Home Done so dann haben wir wieder hier einen Home Punkt dann gehen wir doch mal da rüber so auf der Suche nach Copper unter Wasser unter Wasser ist auch nix da hinten sind Bienen da da so sind wir mal drüben dürfen wir gleich nochmal schwimmen aber diesmal nicht so weit so jetzt muss ich wieder einen Cut machen um zu gucken wie lange ich aufgenommen habe bis gleich so da bin ich wieder wir haben gerade mal sieben Minuten aufgenommen ja also bis sieben nach sieben ja wir haben 19 Uhr abends wo ich hier aufnehme ja hier ist eine Höhle oh da ist Copper cool aber wie wollen wir jetzt hier runter gehen machen wir es oldschool so wie man das immer in Minecraft macht ich denke mal einfach runter springen oder ein halbes Herz schaden das geht ja noch so nehmen wir erstmal das Copper hier mit das ist wichtig so haben wir das wir nehmen einfach mal alles mit was hier ist sofern die Spitzsack noch reicht so oh Eisen ist wichtig so dann haben wir das was schönen Wolf nicht runter fallen oh Mann bin doch runter gefallen schauen wir uns doch mal an was es hier so gibt Bienen bisschen hier bisschen Lava nehmen wir mal Copper mit tja ich denke ich werde mich für die nächste Folge irgendjemanden einladen damit es nicht so langweilig ist guck dir doch mal wer zu diesem Zeitpunkt on ist oder ich da erwische ja ihr könnt mir ja mal Fragen in die Kommentare posten vielleicht beantworte ich sie euch im nächsten Video nehmen wir mal hier das Eisen mit so gibt es irgendwas besonderes noch nein hier ist eine Sackgasse ich weiß nicht was für euch zu dunkel ist weil die gibt mir ja kein äh keine kein Fazit wie die Folge war oder ob ich was verbessern muss so da geht es runter will ich aber grad nicht ja also ich weiß halt nicht wie es euch gefällt weil er gibt mir keine Rückmeldung also es wäre geil wenn ihr mir mal Rückmeldung geben könnt damit ich was verbessern könnte wenn ich was verbessern soll so gehen wir mal zurück weil es wird langsam dunkel nehmen wir noch hier das Eisen mit so gucken ob wir diesmal unser Bett schon einweihen können in der ersten Nacht nehmen wir noch hier dieses Eisen mit so das Eisen mitgenommen ist hier noch mehr ich kann hier noch verklebt setzen nein nehmen wir mit so jetzt müssen wir wieder nach da oben sollte klappen einst so und jetzt hier die Erde die wir hier abgebaut haben so und jetzt ab nach Hause 140 Meter so 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 hier durch so so zack jetzt wieder schwimmen ja so und wenigstens haben wir 9 Kupfer 4 keine Ahnung was 10 Aluminium 1 Monazid und 21 Eisen das lässt sich ja sehen so schnell noch rüber Fleisch bauen wir ja noch ein Stock oben drauf auf unser Haus oder nebendran oder hintendran das weiß ich jetzt nicht könnt ihr ja entscheiden Tja mein Handy blinkt mal wieder so sind wir wieder hier mal das Loch mal zu mit Erde so fertig und fertig jetzt ups nein nicht da oben rein da unten rein so tun wir erstmal alles wieder zurück ja mittlerweile schon 22 Eisen Jey gehen wir runter zum Mining Title gucken wir mal was da so abgeht vielleicht steht sie auch schon wieder rum weil sie keinen Sprit mehr hat so steht hier rum ja nein die arbeitet noch da seht ihr es da da geht immer ein Stein kaputt so sonst hat sie noch nichts außer diese Dinge hier hat die vielleicht was drin oder was nützlich sein könnte ein Eisen nein das ist jetzt nicht so also machen wir schon weiter aber so langsam wird es schwer da hoch zu kommen muss ich mir mal was überlegen wie wir da so laufen wir halt diesen Weg ich glaube es gibt ja zwei Wege jetzt gehen wir schnell hier hoch ich denke ich werde einfach noch den Pulverweiser fertig bauen dafür brauchen wir vier Glas oder fünf gucken wir gleich mal nach das ist fertig tun wir es mal raus nicht Sandstone sondern Sand da rein ein bisschen so dann können wir ja schon mal das Gold so zack und zack haben wir das das und wo soll es da ach da brauchen wir noch ein Eisen so dann kommt das so so und andersherum andersherum haben wir schon mal den Pisten machen wir Eisen so gucken wir nochmal nach was wir brauchen das haben wir das haben wir Gold Eisen das haben wir jetzt brauchen wir nur noch was Glas fünf so zack 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 so das haben wir zwei Copper, das ok jetzt machen wir noch zwei Flint haben wir vier und jetzt dünn dünn Bis zum nächsten Mal. Ciao.